Heute wollen wir Chips am Lagerfeuer machen. Hallo, hier ist die Lilly von Jutland und wir versuchen heute Chips zu machen. Und dazu haben wir Fett heiß gemacht und Kartoffeln geschält. Ja, und es ist auch gar nicht so einfach, wenn man jetzt mit Fett am Lagerfeuer hantiert. Auf was muss man aufpassen? Dass das Fett nicht mehr brennt. Ja, was macht man, wenn es brennt? Deckel drauf. Deckel drauf, genau. Das Wichtigste, wenn Fett brennt, Deckel drauf. Jetzt ist mal so die Grundregel, die wir jetzt brauchen, wenn wir hier mit Fett am Lagerfeuer die große Menge experimentieren. Und dazu haben wir einen Dutch-Ofen genommen, der einen relativ hohen Rand hat, also dass es dann entspritzt. Und wir versuchen mit dem Feuer unten das so hinzukriegen, dass die Temperatur vom Fett nach ungefähr bei 170 Grad ist. Das ist die optimale Temperatur zum Flottieren. Wenn es heißer wird, entstehen einfach Stoffe, die man nicht im Essen haben will. Und wenn es kälter wird, flottiert es nicht richtig, sondern da wird es einfach papplich. Also 170 Grad versuchen wir zu erreichen. Das haben wir dann, wenn man ein Holzstück ins Fett reinhebe und es langsam so perlt. Also wenn man dann merkt, okay, jetzt fängt da was zu sprudeln, dann haben wir die richtige Temperatur erreicht. Von Feuer her unten müssen wir ein bisschen jonglieren, weil leg ich Holz drunter, kommt die Flamme hoch, wird es wieder heiß, dann wird es wieder runter, wird es wieder kälter. Wir haben jetzt Holz relativ fein aufgespaltet, sodass wir es wohl hoffentlich gut kontrollieren können mit der Hitze im Topf. Dann schauen wir mal, was aus unserer Pommes dann auch wird. Ne, nicht Pommes. Was wollen wir machen? Chips. Chips, Entschuldigung. Die Kinder wollen Chips machen. Keine Pommes. Aber Pommes wird genauso gehen. Aber wir wollen Chips machen. Genau. Viel Spaß beim Zuschauen. Guck, jetzt tut es um das so bruseln. Das heißt, es fette die richtige Temperatur. So. Ja, kann stehen mal. Schön am Topf leisen. Zitzen Lecker Lecker So und hat es funktioniert? Ja Schmecken die Chips? Ja Fast wie im Lade oder besser? Sehr sehr lecker Also relativ einfach hier die Chips entweder in ihre geriffelte Form oder auch in der glatte Form hier zu frittieren Also durchaus eine Empfehlung abends fürs Lagerfeuer Euch hat es Spaß gemacht oder? Prima Ich hoffe Euch hat es auch Spaß gemacht die Pause beim Zuschauen Und ihr habt jetzt alle Lust auf Chips Ja, kommt vorbei, holt euch einen ab Nein, nein, bis dahin haben die alle gegessen Ja, was bleibt uns zu sagen? Tschüss Tschüss Genau, wir sagen Tschüss Wir freuen uns wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst Und wenn ihr unseren Kanal abonniert Und wenn ihr 6 Minuten einfach wieder reinschaut Bis dann Tschüss Euer Ralf von Jürteland Euer Lili von Jürteland Und eure Sarah von Jürteland Prima Ciao Tschüss